Text ist für uns das Urlaubsreiseziel. Wir fahren da schon seit Jahren hin und fühlen uns da einfach nur wohl. Und wir werden euch jetzt ein paar Einzelheiten für unseren Urlaub zeigen. Wir fangen natürlich an mit der Anreise. Und die Anreise ist eigentlich so schön, dass eigentlich schon da der Urlaub beginnt, weil man sieht einfach schon hier das Meer an der Seite ist das Eiselmeer. Und die Strecke ist einfach wunderschön, weil man so viel Meter lang bis an dem Meer vorbeifährt und schon die Seeluft riefen kann. Und wir freuen uns immer schon, wenn wir dann an dem Deich angekommen sind und da rüberfahren können. Denn dann ist es auch nicht mehr ganz so weit bis zur Insel und man weiß, bald fängt der Urlaub nicht an. Hier seht ihr die Fähre, mit der man rüberfährt. Man fährt von Bernhelder nach Texel. Das dauert so ungefähr 20 Minuten. Und man fährt da eben mit dem Auto drauf, wie ihr sehen könnt. Und die Überfahrtkosten sind je nach Autolänge. Es ist also egal, wie viele Personen da drin sind, wie noch Hunde, wer auch immer. Es geht hierbei wirklich nur um die Autolänge. Das heißt, so ein kleines Auto ist natürlich günstiger als anders. Aber es gibt immer einen Preis für Hin- und Rückfahrt. Das heißt, ihr werdet auch auf der Rückfahrt, egal wann ihr zurückfahrt, ihr müsst das nicht vorher buchen oder ähnliches. Auch die Hinfahrt nicht. Das ist natürlich an den Anreisetagen manchmal etwas voller da. Aber eigentlich, wenn man früh genug losfährt, ist es noch nicht so voll und dann kommt eigentlich relativ früh nicht rüber. Die Überfahrt dauert, wie gesagt, für ungefähr 20 Minuten. Man kann auch aus dem Auto aussteigen und einfach nur die Aussicht genießen. Und sich schon mal auch ein bisschen natürlich über die Insel informieren. Das geht ja natürlich auch. Man kann auch was essen, was trinken. Es ist eben ein kleines Restaurant mit an Bord, wo man wirklich dann sich ein bisschen schon mal stärken kann. Und einfach schon mal die Seele ein bisschen baumeln lassen bei der Überfahrt. Und ja, auch schon mal den ersten Blick auf die Insel riskieren. Hier seht ihr ein bisschen was von dem Ausblick, den man da eben hat. Die Möwen fliegen immer dabei, weil sie auch von den Borüsten laufen zum Essen. Und von daher begleiten die einen bei der Überfahrt immer sehr gerne. Hunde dürfen auch mit nach oben. Das ist natürlich klar. Hier seht ihr eben die Mad Max auch schon mal den ersten Blick auf die Insel hier. Und ja, an der Insel angekommen, geht es natürlich erst mal zum Strand. Und das liebt natürlich auch Mad Max. Und Peppa fand es auch immer wunderschön am Strand. Da hat sie sich immer richtig wohl gefühlt. Und an den Stränden ist es wirklich toll auf Pächse. Weil die Hunde dürfen da frei laufen außerhalb der Hauptsaison oder halt auch, dass es einfach nicht so voll ist. Und die Strände sind wirklich so kilometerweit, dass es da auch wirklich mal einen anderen hinten aus dem Weg gehen kann, wenn man das eben möchte. Und die Hunde können da wirklich einfach ihren Spaß haben. Es gibt also keine Strandabschnitte nur für Hunde oder nur für Menschen, sondern das ist alles das Gleiche. Man sollte halt eben darauf achten, nicht unbedingt zur Hauptzeit. Denn da, wenn die Leute sich alle am Sonnen sind, da mit den Hunden rumtoben, das muss jetzt denn nicht sein. Aber ansonsten ist es da wirklich toll. Die Hunde dürfen damit hin. Die dürfen auch mit an die Pals, also an die Restaurants am Strand. Das ist wirklich gar kein Problem. Und natürlich sollten sich die Hunde benehmen können. Das setzt sich jetzt einfach mal voraus und eben auch, sage ich mal, die Leute wissen, wie man sich da verhält. Das heißt eben, Geschäfte mitnehmen, den Dreck mitnehmen. Und ansonsten kann man da wirklich eine tolle Zeit haben am Strand. Und man kann nicht wirklich den Strand ausüben, den man gerne möchte. Es gibt natürlich welche, sage ich mal, wo es ein bisschen voller ist, wo es ein bisschen leerer ist. Aber das Schöne ist eben an der Nordsee in Holland, dass es keine richtige Fleet and Avenue ist. Das heißt, das Wasser ist immer da. Man muss nicht darauf warten, dass das Wasser da ist. Sondern es ist mal ein bisschen näher und ein bisschen weiter, aber nicht kilometerweit entfernt oder ähnliches. Sondern man hat wirklich immer mehr da. Und das ist einfach auch etwas, was wir lieben. Weil man hat wirklich, sage ich mal, immer das Meer und den Strand. Und ja, dann sehe ich jetzt ein bisschen was von der Dünenlandschaft auch. Und die natürlich immer um den Strand rumrum ist und ein bisschen was vom Strand. Ihr seht ja auch halt wirklich, wie weitläufig das an der ist. Und es sind auch ein paar andere Hunde da wirklich. Das ist so, Texel ist wirklich so ein hundefreundlicher Ort. Hunde können da wirklich überall mit hin. Und das ist einfach so schön. Hier sind wir jetzt am Leuchtturm von Texel. Mit so viel mehr zu machen. Das ist eigentlich mal ein Strand, der ein bisschen weiter ist als den wir eben gesehen haben. Und da ist es natürlich ein bisschen weiter zu machen. Aber auch da ist es vielleicht manchmal, dass man das nicht schaffen könnte. Ja, und jetzt zeigen wir euch ein paar von unseren Aktivitäten, die wir gerne auf Texel machen. Abgesehen eben vom Strand. Wir besuchen gerne hier die Eisbiele. Das ist eine Eismacherei Labora. Hier gibt es einfach so wundervolles Eis. Unterschiedlichste Sorten, die man so nicht essen würde. Und von daher immer ein Besuch wert. Hier ist es jetzt die Fahrradfahrt. Da kann man auch hier zu Berghof, weil es in Holland ist. Und es ist ein E-Wert. Und zwar viele Erledigungen kann man schnell mit dem Fahrrad erlegen und sich immer aufs Auto umsteigen. Natürlich gehen wir auch mal bummeln in der Stadt. Ein bisschen shoppen, das gehört natürlich auch dazu. Aber auch da gar kein Problem zwischen den meisten Geschäften dürfen die mit. Das ist unser Lieblingsrestaurant in Anführungsstrichen. Es ist eine Pommesbude, wo es die besten Pommes gibt. Es ist Raspatat. Die schmecken einfach unglaublich gut. Es ist mitten im Wald. Es ist wirklich wunderschön gelegen. Man kann da wirklich in Ruhe das essen. Es ist auch für die Hunde eben schön, dass es halt so im Wald ist. Und ganz viele Snacks, die da wirklich sehr gut schmecken. Also wirklich eine Empfehlung wert. Hier seht ihr die Raspatat. Ich esse die immer gerne mit Mayo. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Natürlich kann man daran dann gleich auch den Gassigang anschließen. Im Wald, der daneben ist. Wirklich schön mit dem Naturschutzgebiet und allem rum und dran. Also kann man das eben, sag ich mal, auch ganz gut verbinden. Auch der Strand ist von da nicht weit. Also die Stärkung und dann geht es weiter. Und ja, hier seht ihr jetzt noch ein paar Fotos von unserem Urlaub. Und wir hoffen, wir konnten euch die Insel ein bisschen näher bringen. Und vielleicht macht ihr ja auch bald mal dort Urlaub. Und wir passen auf den Gassigang. Und wir wollen euch die Insel ein bisschen näher bringen. Und wir schauen, wir können euch die Insel ein bisschen näher bringen. Und wir können euch die Insel ein bisschen näher bringen. Untertitelung des ZDF, 2020